Der letzte Hoffnungslaufmann ist noch einmal in sich, die Trevenleber, das P&A Racing Team, die Blu-Tanks mit dabei und den Car Racing dabei. Der Cruisesweiler, Dark Lions, das sind einige Top-Tanks vertreten hier im letzten Hoffnungslauf. Und P&A Racing und die Blu-Tanks zu übernehmen. Jawoll! Wuhu! 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 Das geht richtig! Oh, schau auf! Das geht richtig, Alter!